Vielleicht gibt es ja noch einen sicheren Weg, ne? Er schaut die ganze Zeit ab. Hilfe, mal. Wer will, du zeigst dich einmal, du Lufi. Komm hervor. Bleib doch stehen. Schon wieder Angst? Ja. Ja, komm noch kurz drauf. Reicht schon, bleibt da stehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das kann nicht sein.